Also ich bin der Meinung, man soll den Hanf legalisieren, weil der Alkohol auch legalisiert ist. Und eine Hanfsteuer auf einen Hanf machen. Und die Bauern sollen den Hanf und den Alkohol selber produzieren können. Sie sollen selber Alkohol brennen dürfen, wie sie das bisher gemacht haben. Und sie sollen auch Hanf abpflanzen dürfen. Also nicht nur Industriehanf, sondern THC Hanf. Weil dann wird ja sowieso gekonsumiert. Wenn es gekifft wird, wird sowieso, ob es legal oder nicht legal ist. Und darum sollen wir den Bauern die Einnahmemöglichkeiten geben. Nicht nur den Bauern, sondern auch anderen Leuten. Dass sie frei Hanf abpflanzen und frei Alkohol brennen können. Und dass es ein weiterer Einnahme für die Landwirtschaft war. Das war's. Das war's.